hallo ich mein tendo heute packt hier da wir pokémon spielen also ich erkläre mal den plan weil dann das nicht hinkriegt ich kein deutsch können wir schon viele aufnahmeversuche versucht zu machen micro nicht angewiesen ja da kann du gut deutsch also wir wollen heute und ja ich habe das team gebaut werden zusammen haben gemacht deswegen zeigen wir euch jetzt erst mal das team das ist das team wir haben hier erst mal vielen dank es ist ein standard battle bond set dann unseren baba hundie das ist ein standard lander set man sieht total oft das ist nichts besonderes dann hier unseren das ist auch ein sehr guter name vielen dank ich bin generell ein super namens ich weiß dann haben wir noch ja jetzt hat es gerade jedenfalls gesehen dann noch mal vielleicht auch ein sehr guter name sind eigentlich alle standards ich hab ich hab ich hab ich war nicht und dann heißt da und dieses ding sagt ein halt stop denn keiner hat eine chance dagegen alles stimmt ja alles und jetzt hallo jetzt sind wir im match und hat er hat er eine antwort hat er eine antwort gegen halt stopp dann nicht wir gehen halt stopp also los geht's und sagt ein was ich drücken evo evo hat er am kick hat er vielleicht protect nein hat er nicht wollen wir nicht einfach voll fake out trotzdem drücken einfach nur vom protect zu gucken das stimmt doch auch fake out okay noch kein protect jetzt wissen wir dass er keinen protect benutzt nehmann nicht geht es auf halbjumpen egal er ist nicht was stimmt back alles klar back-ruise noch machen ja 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 geh nochmal auf halbjumpen wir verlieren nichts okay jetzt haben wir die rocks ist schlimm aber wir haben die vork auf ja zappt aus genau das ist ich weiß nicht ob er so warum haben wir jetzt eigentlich nochmal den angriff gesucht mega evolution ach so her das ist die fähigkeit deswegen ist das ding so stark der angriff wird verdoppelt durch die fähigkeit alles klar knackack als man ist schneller ja halt stopp es war du musst glaube ich das im ab so in es ist egal heidem heidem er kann das gehen wir nein pietig von den loks weg machen ja mann mit uns nicht bis zu oder wir können auch wie folgt das trifft jetzt noch ein wenig anachrichter doch alles darf man wie ihn Dann parren wir ihn jetzt. Let's go. 1! Das ist für nicht gut. Was sind wir? Plus 3 Flame Charge hat uns gerade mal 20% abgezogen. Das ist ultra taurig. Ich weiß. Discharge. Das ist auch traurig. Plus 3 Return killt uns einfach nicht. Warte, wie viel hat das gerade gemacht? Äh, Rehan kill. Schade, es hat über 50% gemacht. Ja. Dann war das Discharge. Das ist, ich hab, dieses Match ist irgendwie nicht gut. Das ist irgendwie nicht gut. Das ist fucking langweilig. Er ist geliebt. Nein! Dann haben wir gewonnen. Jey. Bis zum nächsten, komm. Ey, das ist schon ein bisschen das Team. Okay. 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 Womit leadet er? Leadet mit Skorko. Das heißt, wir leaden mit... ...Redstock. Das ist gut. Und drücken einen direkten Ice Punch, wenn er mit Skorko leadet. Das einzige Problem ist, wenn er mit Mimik-Q leadet, aber ich glaube nicht, dass er mit Mimik-Q leadet. Der Ninja. Der Ninja ist ein Ninja, das ist ein... Wir gehen in die Mega-Indizierung und drücken den Pack-Out. Ja. Das ist immer der erste Play, den man macht. Das ist... ...unzumittel. Ja. Würdest du sagen, dass wir jetzt raus dem Ninja schon gehen? Ne, das ist nicht der Play. Was wird der drücken, ist die Frage, was ist dieses Greninja? Ich würde auch Fallschirm klicken. Einfach nur ein bisschen. Ist es Protein? Ist es Protein? Das ist Protein. Ist es ein Battle-Bond? Würde ich rausgehen, lieber. Es ist Protein. Meister? Ja. Ah, Shiny. Stimmt. Ja. Perfekt. Warum drückt man Dark Puls? Wenn man... Das Ding hat. Wo... Ähm... Ja. Wir gehen auf Earth Paw. Wollen wir auf Toxic gehen? Oder gehen wir auf Magma Storm? Ich würde Totten. Ich würde sagen, Magma Storm ist fast schon der Beste. Nein, das bringt nichts. Oh, was ist das Ding? Das könnte... Ach was ist das Ding? Äh... Erst mal Fake Out. Take Out Brinning. Schlipp. Fack. Ne Ninja. Ninja. Bitte und schneller. Denn sie Hydro, Take Puls. Dach Puls? Das ist Fairy. die aufhaltung ich könnte erwarten dass er jetzt mit seinem prima gelder reinkommt ich liebe ich würde eher in it's pika 2 gehen wenn ich ehrlich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017